Herzlich Willkommen zurück für Runde 2, Sly gegen Rancor. Ich bin nicht sicher. Es wird keinen Discounter geben. Ich sehe eure Kommentare, Leute. Ich sehe eure Kommentare, Leute. Hält mir bitte! Nein! Ich fühle mich tot. Wow, Renko is not fun. Ich kann ein bisschen besser ausweichen. Ich fühle mich sehr perforiert, danke. Ach komm, was ist das, ich denke nach zwei Strikes hat der erstmal eine längere Erholphase. Was bringst du mir denn für Pattern bei? Ich fack den. Ja klar. Hilfst du mir mal bitte? Ja. Nein! Boah! Der Chargeangriff, ey. Keine Chance, ne? Oh, das wird gut, das wird gut. Komm, komm, ich will den, ich bin heiß. Wie den kleinen Sack. Hey Kumpel! Das fängt nicht gut an. Das fängt nicht gut an. Ich muss da was anderes machen. Der Chargeangriff ist das Schlimmste. Der Rest ist echt nutzbar, aber ich sterbe jetzt maximal nur noch durch den Chargeangriff. Das fängt an. Ja, da. Ich bin schon ausgesprungen, ne? Ach komm, ey. Was mache ich denn? An was denke ich denn nicht? An was denke ich nicht? Die setzen mir doch nicht den Ranko hin, weil der nicht schlagbar ist. Ich bin schon ausgesprungen. Ach komm, da war ich doch raus. Ach komm, da bist du doch raus. Okay, next try. Kann ich ihn, wenn er in den Roten geht, kann ich ihn pushen, dass er da rauskommt? Das wäre mein Versuch wert. Fangen wir doch so wieder an. Läuftzlei. Schöne Folge. Ich bin glaube ich auch ein bisschen pushy gerade, was das angeht. Machst gut EP. Die ganze gute EP, die ich bis dato eingesammelt hatte. Ich fühle mich gut. Hey, Kopech. Stem. Ich bin really gut. Jakob! Schöne Folge. Achst gut. Ich bin schon ganz sicher. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht das. Ich bin nicht klar. Ich bin nicht so sicher. Ach, fuck, komm, ich bin da rausgesprungen. Ich muss jetzt mal wissen, ob das Rote, wenn der Rot leuchtet, ob ich den einmal mit der Force andutschen muss, dass der da rauskommt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich die Force Einfluss auf das Vieh hat. Aber, Alter, ich habe den Hype down. Ich habe versucht zu drücken. Es ist dieser eine Angriff, der das Schlimmste darin ist. Ich weiß, ob ich ganz nicht damit umgehen soll. Wie gehe ich am besten bei dem Sack damit um? Ich muss ja jedes Mal auf maximalen Abstand sein, damit ich genug Platz habe, um dem auszuweichen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil... Ich weiß, ich mache ihn nicht. Ich weiß! Dass ich es nicht mehr hole! Hilfe, m'aider! Schau! 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 Ich seh es gerade einfach nicht. Ich seh es gerade einfach nicht. Was mache ich denn falsch bei dem Sack? Ich seh es gerade nicht. Ich seh es gerade nicht. Ich seh es gerade nicht gut an. Weißt du, das ist Machtangriff, ist mega gut, nützt mir aber nichts gegen Rancor. Okay. Rancor, mehr Power. Okay. 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 Stempete! Normalerweise schlägt er nach dem Sprung um sich, anstatt nen Charge zu machen, ne? Ja! Stents, hierher! Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Warte, bis Grease davon erfährt und sowas mitten in der Nacht. Der hat mir im Verhältnis zum anderen so gut wie keine EP gebracht. Ich habe unglaublich viel EP verloren. Ich hoffe das ist wert, Gesundheit oder sonst was. Du hast einen Bonus, im Spiel gibt es verschiedene Arten von Bonis, die können bei der Spielweise nachhaltig beeinflussen. Uh, das geht aber noch in die Aufnahme. Ich hätte einen Knochen nach dem Rancor schmeißen können. Sagen sie mir jetzt überlegen Knochen. Hallo Boni! Das ist ja ein super Angriff. Angriffe sind im tieferen gegnischen Angriffe zu durchbrechen. Ich habe noch keinen Boni, daher... Nice! Fähigkeiten. Alles Zweier, ne? Hm. Hm. Wir werden erstmal tanken. Wir werden erstmal tanken. Wir sind in der nächsten Folge, macht's gut oder alles Lein. Ciao. Na vier. Vielen Dank.